Hier zeige ich dir, wie man die Rechnung 758 minus 126 schriftlich subtrahiert. Diese Aufgabe hat noch keinen Übertrag. Schreibe als erstes die Zahlen stellengerecht untereinander. Die grössere Zahl kommt oben. Schreibe ein Minuszeichen davor und unterstreiche die Aufgabe. Beginne bei den Einen. Ergänze von unten nach oben. Von 6 auf 8 ist 2. Von 2 auf 5 ist 3. Und von 1 auf 7 ist 6. Unterstreiche nun das Resultat doppelt.